recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft tja und knolle ist leider nicht dabei ich glaube der hat keine lust mehr ich sehe das mal so und sagt das mal so und schade drum momentan aber vielleicht kommt er ja wieder ich weiß es aber nicht zurzeit ist jetzt der halt nicht motiviert gut ok was wir machen wollen ist gerade gucken dass ich irgendwo die schwarzeichen noch herkriege zwei stück brauchen wir der michael hatte das geschrieben dass man wohl vier setzlinge braucht um dass der wächst gucken wir das mal ob wir die irgendwo herkriegen natürlich schwierig nach der bonnix ist richtig ja ich glaube ja weiß ich jetzt auch nicht mich schon da und jetzt weiß ich auch nicht wo wir hier gerade sind so kam eine lore ich gehe einfach mal hier weiter gucken ob ich hier irgendwo noch was finde was ich gebrauchen könnte ok es wüste sonne geht gerade und das wird nacht ja ich glaube aber keine schwarzeichen hier oder naja da müssen wir gucken dass wir zur dingens kommen hier heißt u-bahn war die hier ich glaube die war hier das ist sägewerk wo ist jetzt die u-bahnstation so die ich glaube das ist es oder schwierig aber sieht gut aus ok da ist die lore jetzt weiß ich gar nicht wo ich drauf fallen muss aber gucken das war falsch rum da fahren wir da lang erstmal egal und jetzt wieder schneller ich weiß gar nicht wo der wie ich hier hinführt das ist schon erweitert worden oder vertue ich mich so schauen so wird strand ab nach wakonien wo wären wir denn hier jetzt gucken wir mal raus so mitten in der wüste oder sowas nach lagerhaus gibt es ja auch das ist lagerhaus vorsicht hoch spannung ok dann kommen wir dann mal hier rein sind blumen die ich nicht brauche holzkohle darf niemals eingefüllt werden öffentliche handwerkshalle depot zu den nahrung krams krams steine auch stein dreck und sand holz aber nicht das was wir bräuchten auch hier sind immer viele öfen so nicht das richtige dabei hier kannst du haben da mal was ist der andere drinnen? Deko Zeug. Eichensitzling. Ja, nicht der richtige. Zuckerrohr. Leider nicht das, was ich brauche. Bruchsteine, andere Steine. Was ist in der Kiste drin? Oh, Magie. Packen wir besser nicht an. Ja, dann ist das erstmal übrig. Was ist hier in der Kiste? Oh, Getreide ohne Ende. Ja, ich glaube, wir können dann weiterfahren eigentlich. Beziehungsweise zurück, ne? Ja. Hier, Fahrkarte, da. Da kommt er. Balkon, ja. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Ich will es hoffen. Bamm, wieder ein. So, wollen wir mal gucken, dass wir zur anderen Seite kommen. Jetzt müssten wir durchfahren, oder? Hier waren wir schon, ne? Oder? Aber hier wollen wir nicht hin. Hm. Wo will ich denn hin? Das ist die Frage. Balkon ist dann hier. Balkon, Weiche 1, Weiche 2. Oder sind wir hier richtig? Ne, ne, oder? Hm. Nein, da geht es noch, glaube ich, ganz weit. Nur noch Fahrkarte ziehen. Hm. Ich weiß nicht, wo die Hülle ist, aber ich will es hoffen. Hm. Na, das ist falsch. Na, da will ich doch gar nicht hin zur Hölle. Zur Hölle nochmal. Das ist aber doof jetzt. Warum fahre ich hier so hin und her? Hm. Jetzt fahre ich hier wieder durch. Doch nicht. Okay. Wo bin ich hier? Mitten in der Wüste. Sonne geht gerade auf. Fahrkarte bitte hier drücken. Da kommt eine Bundel. Richtung zur Abfahrt bitte. Oh, super. Komm, wir nehmen das und hoffen, dass es richtig ist. Wir fahren wieder. Und wir irgendwie kommen heute nicht voran. Immer wieder schön, ne, diese Bahn. Ja, wir fahren diesmal durch. Okay, da konnte man auch durchgucken. Leider konnte ich es nicht sehen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich will es hoffen. Na. Okay, irgendwie kommt es mir jetzt gerade nicht bekannt vorher. Aber vielleicht waren wir auch nur lange nicht so da. Ah, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Aufgang. Vielleicht hat man das auch umgestaltet. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Da ist grün. Wo es hier wohl hingeht. Zum Leuchtturm. Ja, gehen wir mal gerade hoch, oder? Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir es uns auch angucken. Ja. Ja, da kann man nicht viel sehen, ne? Die Wüst lebt. Wenn ich da runterfalle, bin ich bestimmt tot. Ja, gehen wir mal lang. Okay, ja, guck, da schon ersten Sturz gemacht. Hm. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich dann noch da drüben? Okay. Was war das für ein Holz? Eichenholz. Fichtenholz. Schwarz Eichenholz. Hier werde ich wohl kein Schwarz Eichenholz finden, ne? Komme ich hier auch nicht hoch. Ja. Auf dem Berg. Da ist eine Kirche. Das ist nicht wahr, oder? Das ist unsere Kathedrale. Da ist der Leuchtturm. Wo bin ich, das ist die Frage, ne? Also, ich weiß schon, wo ich bin, aber... Ja. Schwierig jetzt hier. Was war das jetzt hier? Ein Hase. Da ist auch einer. Noch mehr Hasen. Hm. Jetzt springen wir hier über das Wasser. Da ist unsere Kathedrale. Und dann sind wir wieder an Ort und Stelle. Und haben nichts geschafft in dem Sinne. Ja. Ich stelle die beiden mal nebeneinander. Und... Irgendwie muss ich ihn nächstes Mal da hinfinden, ne? Ja. Dann würde ich mir sagen, in dieser Folge ist nicht viel passiert in dem Sinne. Wir haben ein bisschen die Welt gesehen und haben nicht das Ziel gefunden. Da, wo unser Wohnwagen ist, da waren ja die Schwarz Eichen. Da müssen wir hin. Und da müssen wir mal schauen, ne? Dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.